Hallo. Hi. Und so. Ami wollte ich hier dann gehen? Ja. Ich hab grad so nen harten Dingstrang mit meiner Sensor. Mit meiner Sensor. Wie soll ich dich ausgerüstet? So. Dann geh ich hier hin. Links rum, genau. Warst du verloren? Warte mal kurz, ich glaub da war noch ein Item. Da? Ja. Schau mal nach links rum. Kann sein. Aber das ist einfach nur... Guter, Gaudi. Das ist aber schon von Kopf explodiert. Also ist das oder nichts? Äh ne, da war nur das ein. Du kannst da durch die Röhre links von dir. Oh, da hinter links. Nehmt. Ich hab eben die Tür gesehen. Da hoch und dann da hoch. Achtung, Metroid. Hallo Metroid. Ja, ich hab den Schnellfehl. Ja, ich hab den Schnellfehlungen gemacht. Ja, ich hab den Schnellfehlungen gemacht. Und da das mitfangen. Du bist fies. Warum? Längs, längs, hinterher. Da. Warum bin ich fies? Und da grad da stand. Ja, der ist nix gemacht. Weil ich eigentlich eine kleine Mistbegurt bin. Weil ich eigentlich eine kleine Mistbegurt bin, denke ich. So, dann schauen wir mal auf die Merk. Ich find den Sinn. So, ich hab mir auch... Ja. Du kannst das Portal nehmen. Also den Teleporter nach oben. Okay. Und dann... Bei den Zimpfen von... ...Thorvus rausgehen. Null rausgehen. Ich will noch nicht heilen. Müssen wir zwar gleich heilen, aber noch nicht. Weil uns fehlt noch ein Scan im Zimpfen. Die verlasse ich sehr gerne dir die Zimpfe. Also bei den Zimpfen fehlt uns noch ein Scan. Im dunklen Zimpfen von Thorvus. Ja. Wohne halt ein paar Items. Das denke ich, wenn ich mich da ans Anballer. Gut. Toll. Au! Äh, Zimpfen von Thorvus ist glaube ich links. Ja, Transporter B. Oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hm... Nein. Du musst es. Nein. Da sieht die Platte aus. Hm. Du musst definitiv ein Portal suchen. Mhm. 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 So. Hab einfach Zeit. Ja. Das wird es auch sein, was wir brauchen. Mhm. Okay. Ja. Wie gerade und dann so eine Kurve. Ja. So. Ich hab geradeaus und dann runter. Was? Einfach geradeaus und dann runter. Die verfolgen dich, weißt du was? Äh, und wenn du da durchgehst und oben, da ist das Portal. Du kannst auch gern so mal durchgehen. Du kommst dann so nicht hoch. Das sah gerade hart bescheuert aus. Ey, kennst du dein Glück, dann wird Kirsten zu öftert. Das ist mir wert gewesen. Aber ich hab das nicht entwickelt. Höchstwahrscheinlich. Oh, ich sehe gerade Samus hat sogar die Spitze mit dem Knie. Mhm. So. Tür. Und eigentlich jetzt? Ähm. Nein, du gehst jetzt wieder dorthin. Ach, da ist die Tür. Ja, das ist die Tür. Ja, das braucht man nicht. Da gehen wir übrigens gerade hin. Zu der Torpassage. Heute hat es auch der letzte Scan für den Torrechter. Die Schlüsselrechter. Bitteschönes Spiel. Warum gehen wir nicht erst dort in der Schattes haben? Mhm. Weil wir für das Spiel anscheinend erst so sagen müssen. Hey. Fick dich. Ähm. Mach da einfach den Enirated Link da rein. Bitte. Bitte. Schöne rein. Genau. Da musst du Punkt Punkt Komma Strich. Was? Tagweiser. Das ist auch gleich ein Verziefer voll, ne? Ja, Punkt Punkt Komma Strich. Ja, Punkt Punkt Komma Strich. Und springen. Ja. Ja. Ja, Punkt Punkt. Ja. Kannst du mal nachschauen, wie viel... 86%. 90% Datenbankscans. Okay, dann gehst du raus rechts. Da durch. Auf den Weg. Nirgendwo müsste ich, glaube ich, hier auch einen Innensturm kommen. ah guck mal die musst du scannen hast du schon gemacht irgendwie hat die gescannt hinter dir kannst du auch noch mal rein da wo auch noch ein schlüssel ist macht dann eine weitergehen drauf was sie einen rennen und so nachdem was macht der kiste er hat da wurde schlüssel dann ist weiter im tag weise so die uns das ding doch genau hat das jetzt ist zum behälter Das ist ein Behälter. Ist er jetzt wirklich zu overpowered? Schau mal, wie viel Lichtenergie du verbraucht hast. Ich wollte eigentlich auch normale Supermister schießen. Ach du bist er da. So, jetzt gehst du oben wieder. Das hab ich da gerade weggesprengt. Da wird die Tür. Ups. Und da wird die Tür verfeuert. Ich glaub, die kannst du mit den Missus ausschalten. Eins hat alles fehlt. Das ist doch übrigens. Schön gegen die Watt geschossen. So verbraucht man Missus. Definitiv. Du hast doch 10 Minuten. Ah ja. Furcht Blut Bruder. Den da, das kannst du noch nicht reingehen. Ja. Den da das kannst du und du das kannst jeden einzelnen von oben. Und das ist jedes einzelne ein Denkler. Wirklich? Das ist alles wichtig? Ja. Ich glaub ich muss die Scam, wenn ich da dazugehörige Schlüssel habe, oder? Hm? Weil der eine hat eben keine Anzeige gegeben. Ne, weil der Schlüssel schon eingegeben ist. Ja. Ja. Es fehlt ein Bericht. Ja. Schau mal im Ding nach, was für ein Bericht fehlt. Berichte. 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 Berichte der Piraten sind durch. Also luminotische Inschrift. Alkurshinweise haben wir. Geschichte. Geschichte finden wir aus. Dunkle Epoche oder Goldene Epoche? Goldene Epoche. Okay. Das finden wir schon irgendwo noch. Ja. Ach. Um Gottes Willen. Irgendwo wahrscheinlich ein Raum, den wo wir nicht. Ich will ja noch zwei. Sechs Schlüssel. Zumindest haben wir eingesetzt. Es fehlen drei weitere. Oh. 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 Ich will dann nochmal den Typen. Ich will wissen ob vielleicht noch die. Ja. Luminotische. Ja, haltbar. Schlüssel haben wir alle. Ja. Es fehlt nur noch eine luminotische Schrift. Das ist die Frage, wo das ist. Wenn wir es nicht direkt finden, bevor wir beim Endpost sind, dann schau ich da nochmal nach wo es ist. Das ist zwar mir schon klar. Au. Au. jetzt wieder in die lichtwelt jetzt müssen wir in die zwei festungen machen das ist nicht einfach kaputt der lässt sich doch besser ist da bei der ufung eigentlich was? sollte eigentlich nichts sein dann wieder links rechts 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 Ah klar. Na, du hast Portal. Was? Du hast Portal hinter dir. So ruhig alles. Ja. So, jetzt zum Sanft des Torvus. Ja. Ja. Was machst du? Weil ich ja auszusehen so viel ich es verbraucht habe eben. Ist das schon besser oder nicht? Oh, perfekt auf 79. Oh, da ist ein Tunnel. Genau. Und ob da nix? Nein. Sorry. Hallo. Sind sie auf der Tür? Das war aber bestimmt wieder so ein Ding, was einfach wirklich so aufsichtlich ist. Oder es ist im erhabenen Tempel bei einem geheimen Raum. Das kann auch sein. Vielleicht ja noch eine... ...Fetenschnach großartig ist. Also ich meine... Ein, zwei... Ich meine Bericht. Oder? Was? Echodos? Echodos für Bildgericht. Was heißt Echodos? Echotür. Echoretsus scheiße. Für die Berichte mein. Da unten können wir auf jeden Fall noch jetzt hin. Ja, aber erstmal kam mir da etwas gelegen. Speicherpunkt. Ausgleichs, ich finde das. Ausgleichs, ich finde das. Du kannst durch die grüne Tür gehen. Durch die grüne? Ja, vor allem die grüne Tür. Durch die weiße Tür. Durch die weiße Tür und... Durch die grüne Tür. Durch die grüne Tür. Damit der geht nicht weit genug. Ich weiß. Ja gut, der weiß ist auch mehr so eine Art Shotgun-Schuss. Hallo. Hier in diesem Raum, der Darkgold ist der letzte Scam von den normalen Gegnern. Sollte der letzte Scam sein. Ja. Okay. Durch befangen? Ja. Da oben? Genau. Verhaut mich anzuschreien. Verkrankt. Das war ganz interessant. Mann. Mann. Feuter. Schatz. Erstmal Feuter noch. Danke. Ähm, kannst... Hier für Rudolf und ScrewAttack. Was? Oder ScrewAttack. What the fuck? Ja. Haha. Hier, ich bin der Portal abgeprallt. So. Guck mal, ich bin der Ende. 2.5. Ich gehe erst mal an die P-Tür. Genau. Da ist der letzte Scam. Das sollte der letzte Scam sein. Okay. Äh, okay. Das ist schon wieder. Deswegen empfand ich den. Da. Atme schon. Mach auf. Mach Wäntchen auf. Es reicht einfach nur um beam reinzuballern. Ist mir egal. Ja. Ich dachte, das wäre der letzte Scam sein. Ja. Was ist denn hier drin noch? Nächsten Durchweg. Oh, natürlich. Weil... Dort ist ein Speicherpunkt. Und dort unten... Au. Wasser ist ein Schlüssel. Also... Riesa gut gemacht. Ja. Der ist ja auch ein bisschen erschossen. Es werden nur noch 2. Ich glaube, ob das zu schaffen oder nicht? Huh? Wir haben noch 40 Minuten. Das wird wieder schaffen. Wenn wir alle Eilterns bekommen, das ist falsch. Das bin ich. Was? Ich bin der Richt. Ja. Ja. So. Wo holt sich jetzt Zinn? Durch die Speicherpunkt. Ah. Durch die... Die Latür. Mach mal eine eigene Leiterbie rein. An den Kristall. Du magst es von Gegnern genervt zu werden, oder? Nein. Ja. Ich würde jetzt nicht einfach einen Punkt gucken. Es ist keine Speicherstation. Es ist ein Beam-Upgrade. Juhu. Das hast du gewusst. Gibst du. Na klar. Hey, das war perfekt. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschau.